so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es das böse auge von veco also evil eye für die englisch okay die gab es dieses jahr im penny für 499 hier muss ich mich noch mal bedanken an meine freundin sonst hätte ich die nicht danke schatz eine richtig geile low budget batterie für 4,99€ im schönen pyromult design hatte ich lange nicht geschossen so richtig also schieße ich auch sehr wenig pyromult NEM haben wir hier nicht zu erkennen weil ich wieder im manuellen modus bin top 115 gramm ist relativ viel vor allem für diese kleine batterie so ich habe schon wieder fast den effekt vergessen was steht denn hier leuchtintensive rote grüne und blaue kometen mit filigram silber und goldwellen ah ja okay okay jetzt weiß ich wieder ungefähr also ich kann mir was darunter vorstellen ihr nicht dann bleibt auf jeden fall dran jetzt gibt es die evil eye und mal gucken ich wollte gerade evil light sagen aber die meisten vielleicht nicht mehr kennen ich bin so gespannt die war das war so schön auf dem video Das ist ein Wachstum. Und die war auch geil. Kaufempfehlung, ey, wenn ihr die seht wieder, wenn es die wieder gibt, kauft euch die mal. 5 Euro.